Jona Gold, Golden Delicious, Arlet, wie sie alle heißen, die Äpfel, ich kann es mir nicht merken. So vielfältig die Geschmäcker sind, so zahlreich sind auch tatsächlich die Geschmackssorten, die Apfelsorten. Äpfel sollte man am besten roh genießen und am allerbesten ungeschält, denn die meisten Nährstoffe finden sich unter der Schale. Äpfel sind kalorienarm, ich glaube sie haben so ungefähr 59 Kalorien pro 100 Gramm, sie enthalten Kalium, Vitamin C, also ganz ganz viele Vitamine und sind super für die Linie. Wenn man Äpfel verkocht, so sollte man eher zu aromatischen, säuerlichen Äpfeln greifen. Beim Backen sind auch eher säuerliche Äpfel zu empfehlen und wenn man Gelees kochen möchte, dann sollte man zu reifen Äpfel mit hohem Bektingehalt greifen. Äpfel bekommt man im Supermarkt das ganze Jahr über, Saison haben die Früchte bei uns von Juli bis in den April hinein.